So, willkommen zurück. Heute geht es natürlich direkt weiter und zwar mit Maps in C++. Maps sind was Tolles, denn manchmal, naja, manchmal möchte man eben nicht unbedingt hier einen Vektor haben, wo einfach mehrere Werte drin stehen, sondern manchmal möchte man auf einen Wert via anderen Wert zugreifen. Also zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Vektor habe, nehmen wir jetzt einfach mal weg, und ich möchte meine Adresse rausfinden, ja, mein Adressbuch. Dann sage ich jetzt hier einfach mal Morpheus und ja, dann hätte ich ganz gerne hier, dass es mir ausgibt, also am besten ein Cout oder sowas, was für eine Adresse ich habe. So, das wird nicht funktionieren. Sprich, ich müsste wissen, wo ich eigentlich stehe. Also ich müsste wissen, dass ich zum Beispiel Nummer 42 bin, wenn ich das jetzt bin, in dem Vektor drin. Und das ist natürlich gar nicht so einfach zu wissen. Also was muss ich im Endeffekt tun? Naja, ich muss den ganzen Vektor durchsuchen, ob jetzt da eben der Name Morpheus ist und muss da noch irgendwelche String-Operationen machen, damit ich da den richtigen Teil rausfinde. Und das ist wirklich, wirklich unschön. Das geht a schneller, also effizienter und b natürlich angenehmer für den Programmierer. So, und dazu gibt es Maps. Maps tun genau das. Sie geben euch genau diese Möglichkeit hier. Das bedeutet, wir können uns eine Map definieren, indem wir hier sagen, also bitte nur mal ganz kurz dran denken, wir haben hier using namespace std gemacht. Und ja, wir können jetzt hier einfach sagen, wir hätten ganz gerne eine Map. So, was für eine Map denn? Naja, sagen wir mal, wenn wir ein Adressbuch wollen, dann wollen wir zum Beispiel aus zwei Strings eine Map bauen. Ach, und bedenkt natürlich hier oben, wir müssen natürlich alles, was wir benutzen, müssen wir auch inkluden. Das hat definitiv einen Grund, denn wenn man es nicht inkludet, ist es halt nicht dabei. Sprich, euer Code wird schlanke und dadurch natürlich schneller. Das heißt, man inkludet normalerweise immer nur das, was man hier wirklich auch braucht. Und in unserem Fall brauchen wir natürlich Maps. Also String und String haben wir gesagt. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier zwei Parameter in diesen Spitzenklammern. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Typen hier, die damit konform gehen sozusagen. Ja, und der erste, sagen wir es einfach mal hier, Adressbuch, Adressbuch. Und genau, wenn wir jetzt hier was einfügen wollen, dann müssen wir hier eine Funktion verwenden, die nennt sich Make Pair. Dadurch bauen wir quasi Paare. Und diese Paare können wir wunderbar in Maps einfügen. Achso, ich habe ihm einen Namen gegeben. Also Adressbuch.insert, damit fügt ihr quasi neue Paare hinzu. Ja, und was wollen wir hier einfügen? Naja, zunächst mal ein String natürlich und danach nochmal ein String. Das heißt, wir machen einen hier Make-Pair aus Morpheus. Und dann natürlich, ja, wo bin ich wohl zu Hause? Im Computer natürlich, ist ja ganz klar. Ja, so, wir können hier natürlich auch noch was weiteres machen. Und zwar können wir auch noch sagen, Punkt Insert Make Pair. Also wir können das so oft machen, wie wir wollen. Und ja, jetzt sagen wir hier einfach, wir machen ein Paar aus Cedric. Das ist mein richtiger Name, falls ihr mich noch nicht so lange kennt. Und dann sagen wir hier Erde, ja. Weil wir zum Beispiel auf der Erde leben. So, und das können wir so oft machen, wie wir wollen. Bedenkt einfach, wenn wir zum Beispiel hier aus der Datenbank Username und Adresse auslesen oder Username, E-Mail, dann können wir das wunderbar hier in so ein Adressbuch reinschreiben. Ja, das heißt, wir können hier quasi uns eine Map bauen, wobei wir normalerweise dann eher weniger so eine Map bauen würden, sondern höchstwahrscheinlich würden wir eine Klasse bauen mit einem ganzen Adressbuch. Und dann hätten wir wahrscheinlich ein Mapping aus dem Username und seiner speziellen Klasse. Das bedeutet, ihr könnt hier zum Beispiel den Username drin haben und hier dann tatsächlich ein Objekt der Klasse, die ihr den User gespeichert habt. Und dadurch habt ihr quasi eine Datenklasse und damit könnt ihr zum Beispiel wunderbar alle Userdaten da drin speichern. Das immer einzulesen aus der Datenbank, wenn das Programm startet, das dauert natürlich eine Weile. Das sind dann die berühmt-berüchtigten Ladevorgänge. Die kennt jeder, glaube ich, so ein bisschen. Okay, so, und was wir jetzt hier machen, ist im Endeffekt, wir wollen jetzt hier drin, nein, wir wollen noch was anderes machen. Ich will euch noch was anderes zeigen. Und zwar sagen wir hier natürlich noch Adresse, hallo, hallo, Adresse, hallo. Oho, was ist los mit dir? Adress. Ah, ich bin absolut boostet. Ich habe das Semikolon vergessen. Ich habe gerade vorhin Python programmiert, da braucht man das nicht. So, Adressbuch.insert. Nein, nicht .insert dieses Mal. Dieses Mal sagen wir, wir fügen das quasi so ein, wie wir es in Array einfügen würden. Aber, ohne dass wir sagen müssen, wie viele Elemente wir vorher haben, weil das Ganze über Hashing funktioniert, super geiles Thema übrigens, habe ich auch natürlich schon behandelt. Könnt ihr gerne mal bei mir nachgucken. Kryptografie ist das, was ihr sucht. Und hier drin sehen wir dann zum Beispiel, ich kann noch, ja was, jetzt brauche ich noch ein Pseudonym für mich. Einfach nochmal Morph, ja, quasi Spitznamenartig. Und dann sagen wir hier ist gleich. Und dann sagen wir hier plötzlich Saturn, ja. Also, die Werte sind jetzt Schall und Rauch, okay. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Adressbuch von Morpheus kann ich auch überschreiben. Adressbuch von Morpheus ist gleich, ja, was gibt es noch für einen geilen Planeten? Pluto, definitiv ein Planet, möchte ich hier behaupten. Und ja, dadurch haben wir quasi den ersten Wert mit dem Computer überschrieben mit Pluto. Das heißt, da steht jetzt nicht mehr Pluto drin. So, und jetzt kann ich auf meine ganzen Elemente zugreifen, wie ich das gerade getan habe. Das heißt, in Klammern von irgendwas, ja. Das heißt, ich muss nicht wissen, wo das Element ist. Ich kann sogar auf Elemente drauf zugreifen, die noch gar nicht da sind. Also, quasi neue Elemente erstellen über dieses Istgleich, wie ich es hier getan habe. Und das ist einfach super komfortabel, wenn man gerade so etwas wie ein Adressbuch hat, wo man mal schnell eine Referenz braucht. So, jetzt, wie kann ich damit irgendwie umgehen? Also, ich meine, ich muss ja zum Beispiel hin und wieder mal alle Werte durchgehen, ja. Also, zunächst einmal, ich kann hier einfach Ausgaben machen. Ich kommentiere das hier oben mal kurz aus. Und ich kann Ausgaben machen, wie zum Beispiel Adressbuch von, ja, was haben wir denn? Adressbuch von Morpheus. So, dann wollen wir gerade mal ganz kurz gucken. Achso, ja, das hätte ich jetzt nicht hier gebraucht, aber egal, das machen wir jetzt trotzdem. Adressbuch von Morpheus. So, wie sieht das jetzt aus? Nun, wenn wir uns das mal genauer angucken, werden wir feststellen, dass da natürlich Bluetooth drin steht. Sprich, der alte Wert von Computer wurde überschrieben und wenn ich mir Morphe ausgebe, dann steht da natürlich das drin, was ich beim Morphe reingeschrieben habe, nämlich Saturn. Ja, wunderbar. Aber vielleicht, also, natürlich habe ich jetzt quasi die Möglichkeit, hier auf meinen jeweiligen Charakter zuzugreifen, auf meinen jeweiligen Kontakt in meinem Adressbuch. Aber vielleicht möchte ich ja einfach durch alle Kontakte durchlupen und sagen, hey, ich habe eine neue Telefonnummer, ja. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Kontakt einmal kurz benachrichtigen und dazu muss ich jeden einzelnen Kontakt einmal ganz kurz anfragen, beziehungsweise aufrufen und das kann ich auch machen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich brauche einen Iterator. Ein Iterator ist ein neues Konstrukt, das, also das kennt ihr schon aus dem letzten Video, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe, nur dass wir jetzt hier ein kleines bisschen noch tricksen müssen. Das heißt, wir sagen hier vor und jetzt müssen wir hier quasi sagen Map. So, und jetzt müssen wir hier die Typen nochmal von vorn angeben. Das heißt, wir brauchen einen String-String-Iterator von der Map. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Iterator. So, das baut uns quasi jetzt einen konkreten Iterator, der, naja, genau hierfür eben da ist. Und jetzt kann ich den hier zum Beispiel mit it abkürzen oder mit i, wie man es häufiger mal kennt. Und ja, jetzt sage ich hier einfach Adressbuch.beginn. So, und dadurch habe ich mir quasi einen neuen Iterator geschaffen, der genau am Anfang quasi anfängt und einmal durch das ganze Adressbuch durchgeht. Das ist relativ spezifisch. Und wir sehen jetzt hier, dass mir hier vorgeschlagen wird, direkt von SeaLion, hey, ich soll doch bitte einfach Auto verwenden. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Ich wollte so dieses Mal ein bisschen ausführlicher machen. Auto ist komplett egal, was da eigentlich, oder was heißt Auto ist nicht egal, aber euch kann komplett egal sein, was da für ein komischer Dings bei rauskommt. Aber ich wollte euch zeigen, dass das eigentlich ein echter Iterator ist, mit eigentlich einem relativ komplizierten Typen, aber das macht quasi SeaLion bzw. C++ für euch. So, und ja, jetzt muss ich natürlich hier das Adressbuch anfangen. Ähm, und dann kann ich hier einfach weitergehen. Das mache ich jetzt so lange, wie mein Iterator unten gleich dem Adressbuch Ende ist, also Adressbuch Punkt Ende. Und, ähm, ja, was brauche ich noch? Ich muss meinen Iterator natürlich noch irgendwie erhöhen. So, wunderbar. Und ja, jetzt kann ich einfach hierher gehen und sagen, hey, ich möchte gerne hier mein SeaOut verwenden. Und, ähm, ja, wie kann ich jetzt drauf zugreifen? Also, ich meine, ich habe ja jetzt hier keine wirklichen Elemente. Nun, im Endeffekt wird euch hier intern eine Klasse generiert. Das ist das Faszinierende dabei. Das heißt, ihr könnt da drauf zugreifen über I-File, das kennen wir ja schon. Und dann können wir hier sagen First, und dann sagen wir hier erstmal, ähm, wir wollen so einen Binnenstrich dazwischen haben. Und das zweite Element heißt I-Second. So, und ihr erkennt hoffentlich den Pfeil noch, dass es quasi, wenn ich einen Pointer auf ein Objekt von der Klasse habe, kann ich da drüber quasi drauf zugreifen. So, und, äh, ja, dann habe ich, äh, ja, genau, dann habe ich das eigentlich soweit fertig und kann das hier mir einfach mal ausgeben lassen. So, und was wir jetzt sehen, ist folgendes. Wir sehen hier Cedric Erde. Oh, und ich habe vergessen, irgendwie eine neue Zeile oder sowas zu machen. Das ist natürlich unschön. Endel. So, also wir sehen hier einmal Cedric Erde, einmal Morph Saturn und einmal Morpheus Pluto. Und ja, das ist natürlich genau das, was wir haben wollten. Wir haben quasi einmal alles. Das heißt, unter I-First kommt der Key rein, das ist das, mit dem ihr vorne drauf zugreift. Unter I-Second, das ist quasi der Wert, den ihr später in der Hand haben wollt, mit dem ihr irgendwas machen wollt am besten. Im Übrigen kann es auch dazu benutzt werden, um zu testen, ob ein Element schon existiert. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, ähm, if, ähm, ja, was, was nehmen wir? if Adressbuch Punkt Insert. Und ja, jetzt können wir hier quasi nochmal unser neues Pair machen. Ups, Amec, genau, Amec, Mac Pair. Ähm, Morpheus und, äh, Computer. Ja, wenn hier das zweite Element, also Punkt Second, wenn das gleich gleich False ergibt am Ende, dann hat es dieses Element schon gegeben und ich kann es nicht einfügen. So, ähm, hier fehlt noch eine Klammer, selbstverständlich. So, jetzt, ähm, genau. Also, if, wenn das da ist, dann heißt das quasi hier, ähm, so. Ähm, und dann sagen wir hier einfach see out, ja, das Element, das gibt schon. Das Element existiert schon. So, wenn wir uns das jetzt mal, ach so, ja, und genau, warum das hier so komisch aussieht, das ist quasi auch nochmal eure IDE, die euch sagt, hey, Kollege, das kannst du auch einfacher darstellen, notadressbuch.inset und dann sieht es eigentlich auch deutlich lesbarer aus. Eigentlich schon ziemlich, ziemlich sweet. Ähm, aber ja, ich müsste hier noch eine Klammer machen. Ne, ich brauche eine Klammer weniger, um genau zu sein. So, und ja, wenn wir das jetzt mal hier kurz laufen lassen, dann sehen wir hier, okay, oh, ups, mir hat es die Klammer nach da unten gesetzt. Ich habe das nicht gerafft, dass es mir die da nach unten gesetzt hat. Warum hat es die nach da unten gemacht? So, ähm, und ja, dann sehen wir hier, das Element existiert schon. Aber bei den anderen, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Morpheus mit Doppel-S schreiben würde, dann wäre das natürlich genauso eingefügt worden und wir hätten nicht aus Versehen ein Element überschrieben. Also, falls ihr mal testen wollt, ob ihr ein Element schon drin habt, ähm, dann könnt ihr das hier verwenden. Ja, wenn ihr zum Beispiel testen wollt, ob ein Element schon da ist, äh, beziehungsweise ob es ein Element gibt, bevor ihr es einfügt, könnt ihr das auch machen. Dazu kopiere ich das hier mal. Ähm, und zwar kann man das hier auch wunderbar machen, indem man hier einfach unser Adressbuch nimmt und sagt, wir finden jetzt uns ein Element und zwar zum Beispiel finden wir uns doch mal den Cedric. Und da sagen wir dann, ähm, wenn das ungleich dem Adressbuch Punkt Ende ist, also wenn es quasi noch nicht zu Ende ist, wenn der Iterator vorher aufhört, bevor er das Ende erreicht hat, dann haben wir das Ganze schon gefunden und ja, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, hier sehen wir auch schon, das Element existiert schon. Das ist quasi hier das zweite, also quasi das, das Cedric hier gefunden wurde. So, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, hier ein Element wieder rauslöschen wollt, ja, das machen wir jetzt hier mal oben drüber, damit wir sehen, dass das, übrigens, lasst mich hier noch ein Endline einfügen. Wenn wir hier sehen, dass das rausgelöscht wurde, dann kriegen wir natürlich das Element existiert, ähm, ich kann das hier ändern auf ist gleich, ist gleich, existiert noch nicht. Noch nicht, genau, noch nicht, so. Ähm, wenn wir eins rauslöschen wollen, können wir das auf zwei Arten machen. Hey, ja, ich habe heute einen Sprachfehler. Und zwar zum Beispiel Adressbuch Punkt Erase, ja. Und hier über dieses Erase könnt ihr jetzt zwei Sachen eingeben. Einmal könnt ihr den Iterator angeben, das geht natürlich hier nicht, weil wir gerade in keiner Loop drin sind. Das wäre aber auch eine Möglichkeit, also einfach hier zu sagen I und dann Erase I, ja, das könnt ihr machen. Oder ihr gebt das Ganze via Key ein, das heißt via dem, was ihr vorne habt. Nicht dem Wert hintendran, den müsstet ihr dann erst finden, da müsst ihr dann quasi mit dem Iterator durchlaufen und gucken, was das eigentlich ist. Aber normalerweise, wie gesagt, sind Maps dazu da, dass man über den Key drauf zugreift. Selbst dieses Durchgehen durch ein komplettes Adressbuch ist eigentlich was, was man eher selten machen sollte. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen, drauf zuzugreifen via Key in den Fällen, wo es halt natürlich geht. Manchmal wird es anders möglich sein oder gemacht werden müssen. Ähm, und ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Cedric wieder rauslösche ohne X, dann, ähm, wird mich hier das Element danach natürlich nicht mehr gefunden. Und, ähm, ich habe mal wieder das Semikolon vergessen. Hide and Seek Champions seit 2000, seit 1900 irgendwas. So, ähm, das Element existiert noch nicht. Das heißt, wir haben erfolgreich dieses Element wieder rausgelöscht. Und genau so könnt ihr das dann quasi löschen. So, wunderbar. Ähm, das heißt, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.